Hallo liebe Krebser, willkommen bei Shanoah Tarot. Ich möchte heute Tarot-Karten für euch legen. Es geht um den Zeitraum von Mitte bis Ende Oktober 2024. Ich habe hier schon ein bisschen was vorgelegt. Es folgen natürlich noch weitere Karten mit anderen Decks. Das ist hier nur für den schnelleren Einstieg. Ich habe hier links Karten für dich und hier für dein Gegenüber, beziehungsweise für die Energien, die von außen auf dich zukommen möchten, in Form von einem oder mehrerer Menschen, in Form von einem oder mehrerer Themen. So, ich beginne sehr gerne hier mit den Orakelkarten. Die hier habe ich für euch gezogen. Wunderschöne Karten, sehr interessant. Viel frischer Wind, etwas Neues. Ein Abenteuer wartet hier auf dich. Der Wunschbrunnen. Was wünschst du dir, lieber Krebs? Ja, wirf deine Wunschmünze in den Brunnen. Es geht in Erfüllung. Die Chance mit der Katzenraupe. Hier ist die Chance auf etwas Neues, was entstehen möchte. Vier ist eine Zahl der Stabilität. Dann haben wir Jupiter und Uranus. Das ist der Nagel, der einfach mutig hier rüberspringt. Das steht für plötzliches Glück. Ich bin plötzlich so glücklich, dass ich springen könnte. Ich bin mutig. Ich wage den Sprung, weil ich glaube an mein Glück. Oder ich bin voller Glück und Optimismus, deswegen springe ich hier. Jeder Truthahn. Gib mit Großmut und Dankbarkeit. Ja, sei dankbar für das, was dir hier geschenkt wird, lieber Krebs. Ja, der dicke Truthahn verspricht dir sehr viel Fülle. Zum Schluss hier, warum? Mitte 31, Quersumme 4. Irgendwas ist für dich ein Rätsel oder jemand ist ein Rätsel für dich? Vielleicht geht es hier um diverse Hintergründe, die du erst verstehen wirst. Die du jetzt noch nicht merkst, dass hier irgendwas läuft, was du nicht so richtig verstehst. Okay. Ich packe die mal zur Seite, die Karten. Die Legung startet hier mit der Königin der Kelche. Ja, verschlossen ist dein Kelch. Ja, das ist hier deine Karte. Du bist friedlich, du bist voller Liebe, voller Empathie für die Situation. Ähm, einiges behältst du hier für dich. Aus irgendwas machst du hier ein Geheimnis. Vielleicht machst du das auch taktisch. Ja. Hier die Mäßigkeit. Sag dir, bleibe cool, bleibe ruhig und überstürze nichts. Weil direkt daneben zeigt sich der Wagen, der für ein sehr hohes Tempo sorgt. Das ist deine Karte. Ja, also du wirst hier so richtig durchstarten im genannten Zeitraum. Du bist hier unterwegs. Du fährst irgendwo hin und in einer sehr hohen Geschwindigkeit. Pass bitte auf die Mäßigkeit. Sag, zügle etwas das Tempo. Weil hier mit 5 der Stäbe erwartet dich etwas, was du vielleicht nicht so mit einkalkulierst. 5 der Stäbe ist ja die Karte der Konkurrenz. Kann auch für Streit stehen. Durcheinander, Chaos. Die Karte ist umgekehrt gekommen. Du sollst vorsichtig fahren, damit du hier nicht in ein Chaos reinstürzt. Lieber Krebs. Ja, damit diese Fahrt oder dieser Ausflug, diese Reise, was auch immer das für eine Reise für dich darstellt, sauber verläuft. Ja, damit du heile ankommst. Und damit du glücklich bist. Das ist ja deine Karte. Damit das Erfolgsversprechen wird. Deswegen pass bitte auf, mit welchem Tempo du unterwegs bist. Und guck genau hin. Du hast hier von außen vier große Arcana, die auf dich zukommen. Das sind starke Energien, unglaublich starke Energien, die auf dich zukommen. Erstmal hier der Herrscher, das ist Widderenergie, ist umgekehrt gekommen. Also, ja, der umgekehrte Widder kann für Machtmessbrauch stehen. Ja, dass jemand hier seine Autorität, seine Macht, seine Stellung irgendwo nicht richtig einsetzt. Ja, weil wir haben auch die Teufelskarte hier zum Schluss. Kann für gewisse Spielchen stehen. Ja, oder dass jemand immer wieder die Hosen anhaben muss. Sagt, ich bin hier im Recht, ich bestimme, wo es lang geht. Ja, die Sternkarte ist eine gute Karte direkt daneben. Ja, das hebelt das so ein bisschen aus. Die Wunscherfüllung wartet hier auf dich. Uranus-Energie. Sternkarte ist Uranus. Guck mal hier. Das ist auch Uranus. Jemand erfüllt dir einen Wunsch. Oder für jemanden bist du die Wunscherfüllung. Jemand zeigt sich hier nackt. Wir haben hier sehr viel Animalisches. Ja, bei der Sternkarte ist eine nackte Figur abgebildet. Hier die Löwekarte, die Zähmung mit der Herrscherin ist auch. Steht für, ja, für Körperlichkeit. Ja, steht für Reiz, Verführung. Ich muss mich zurückhalten, damit ich nicht über dich herfalle. Und hier die Teufelskarte, ja. Auch wieder zwei nackte Menschen. Sehr verführerisch, zügellos, animalisch, die ganze Energie. Und weil hier diese fünf Stäbe auftauchen, muss ich eine kleine Warnung aussprechen. Entschuldigung, mir dreht hier gerade das Auge. Eine kleine Warnung aussprechen. Hier könnte jemand versuchen, dich zu verführen, dich zu locken. Und das macht dieser Mensch auf eine ganz besondere Art und Weise, indem dich dieser Mensch reizt. Vielleicht auch sogar eine Eifersuchtssituation herstellt. Damit du eifersüchtig wirst. Damit du deine Leidenschaft auch zeigst. Und deswegen fahr hier vorsichtig, ja. Fall nicht drauf rein. Das ist hier zwar nichts Bösartiges, aber jemand spielt hier wirklich mit dem Feuer. Hier ist sehr viel Leidenschaft dabei. Und das könnte dich so ein bisschen triggern, habe ich dem Eindruck. Ja. Ich lege jetzt mal eine weitere Reihe aus und gucke mir das mal hier genauer an. Und... Ja, schau mal, lieber Krebs. Die Königin der Kelche mit den fünf Münzen. Warum bist du denn so zurückhaltend? Warum hältst du dich zurück mit deinen Gefühlen, mit deinen Emotionen, mit deinen Gedanken? Weil fünfte Münzen. Du bist irgendwo im Mangel. Das hat was mit dem Selbstwert zu tun. Ja. Irgendwo bist du hier momentan nicht so richtig in deinem Selbstwert. Glaubst nicht daran, auch wenn du fantastisch aussiehst, wenn du ganz viel Geld hast, wenn du beruflich erfolgreich bist. Irgendwo ist hier ein Mangel. Und deswegen schluckst du hier sehr vieles runter, ja. Hältst du dich sehr stark zurück. Willst deine Gefühle nicht so nach außen zeigen. Deswegen hier die Mäßigkeit, ja. Die sagt dir, behalte das so ein bisschen bei, übertreib es hier nicht, weil du hast momentan nicht so dieses dicke Fell. Wenn eine Herausforderung kommen sollte. Und ich sehe hier sehr viele starke Karten, starke Energien, die dich verunsichern könnten, ja. Und wo du dann etwas sehr Schönes verpassen könntest. Weil du dann abgeschreckt oder irritiert durch diese starke Energie wieder schnell in deinen Mangel reinkommen könntest. Und dadurch was verpasst. Das möchte die Mäßigkeit hier verhindern, ja. So. Wir haben hier den Wagen und den Narren umgekehrt. Der Narren steht ja für, ja, für diesen Sprung, für diese Wagnis, für das Risiko. Hier steht was Neues für dich an. Es soll von Erfolg gekrönt sein. Doch, achte darauf, dass du hier keine Fehler begehst, ja. Dass du hier nicht übertreibst, dass du wirklich auch dich selbst sehr gut einschätzt. Und hier der Magier, als Hinweis darauf, geh ruhig auch ein bisschen taktisch vor, ja. Ja, sei ruhig taktisch. Das ist Merkur-Energie, ja. Wie soll ich das sagen? Schau mal, mit dem Wagen und mit dem Magier. Sagen dir die Karten, du hast hier eigentlich alles, was du brauchst, um das zu manifestieren, was du dir vorstellst, ja. Wir haben hier die Chance. Wir haben hier den Wunschbrunnen. Wir haben hier das plötzliche Glück. Haben wir alles da. Okay? Nur, du bist im Mangel. Du bist durch die Königin der Kelche auch relativ sensibel im Moment. Und dadurch, wenn du hier zu viel Risiko eingehst, dich über zu stark herauslehnst, vielleicht auch nicht deine Grenzen wachst, deine persönlichen Grenzen, ja. Dass du dann plötzlich in etwas reinrutscht, wo du sehr verunsichert wirst. Zwei der Schwerter, das ist Mond in der Waage. Wo du dann sehr verunsichert wirst. Gehe etwas taktischer vor. Und lass dich nicht provozieren. Ich habe den Eindruck, dass hier eine Provokation kommen könnte. Vielleicht ist es auch eine liebgemeinte Provokation, dass dich jemand so ein bisschen aus der Reserve herauslockern möchte. Ja, weil du bist hier sehr reserviert. Du bist so, ich mache zu und keiner weiß, was ich denke, was ich fühle. Das ist mein Geheimnis. Und jemand möchte hier vielleicht auch das Geheimnis lüften. Vielleicht hat ja jemand auch hier große Gefühle für dich. Und versucht dich dann irgendwie so ein bisschen zu piesacken, ein bisschen aus der Reserve zu locken. Mit irgendwelchen Spielchen. Kann ich mir vorstellen. Und wenn du dann darauf reinfällst, dann könntest du hier dich hinterher schlecht fühlen. Ja. Weil du dann das nicht verstehst. Den Hintergrund. Ja. Wir haben hier auch diese Karte Warum. Du fragst dich dann Warum. Was soll das jetzt? Es ist hier auf den ersten Blick nicht erkennbar. Ja. Und wenn du dann lauter Fragezeichen im Kopf hast, dann neigst du hier dazu, dass du das persönlich nimmst. Ja. Oder dass du denkst, es liegt an dir. Ich habe nicht genug. Ich bin nicht schön genug. Ich bin nicht wertvoll genug. Ich werde jetzt wieder abgelehnt. Andere sind besser wie ich. Dass du da in diesen Modus reinrutschst. Das sollst du ja nicht tun. Hier der Herrscher umgekehrt mit der Mäßigkeit. Ja. Das ist so ein bisschen tricky. Weil der Herrscher hat ja nichts mit der Mäßigkeit zu tun. Der Herrscher ist direkt. Der ist ehrlich. Der kümmert sich um andere. Der hat Verantwortung. Er trägt Verantwortung. Ja. Das ist so eine väterliche Figur. Kann auch gut Entscheidungen treffen. Ist nicht unsicher. Sagt, was Sache ist. Und hier ist so was Schwammiges. Und hier diese roten Farben. Diese roten Farben. Was so wieder für diese Leidenschaft steht. Jemand ist sehr leidenschaftlich. Aber kann das nicht so richtig transportieren. Kann das nicht so richtig zeigen. Und macht hier so seltsame Spielchen. Habe ich den Eindruck. Schau mal. Hier sind sieben der Schwerter unter der Sternkarte. Die Sternkarte ist auch eine sehr klare Karte. Steht für Klarheit. Und sieben der Schwerter sind Lug und Betrug. Lug, Täuschung. Ich erzähle dir irgendwas mit einem bestimmten Hintergrund. Ja. Weil ich mir dabei was denke. Ich versuche dich in eine Falle zu locken. Warum auch immer dieser Mensch das tut hier. Vielleicht sind es ja auch mehrere Menschen. Guck mal. Die Kraft und Zehn der Münzen. Hier ist jemand unglaublich stabil. Also hier ist jemand, den man nicht so einfach verunsichern kann. Dieser Mensch ist in einer starken Position. Du bist bei 5 der Münzen. Du bist unsicher. Deswegen. Und ganz viele große Arcana. Lass dich hier nicht provozieren, lieber Krebs. Weil wir haben hier unter dem Teufel. Haben wir 8 der Stäbe. Diese Karten haben 2 Seiten. Das ist die lichte, helle, positive Seite. Das ist die dunkle Seite. Hier kommt es zu einer Kommunikation. Hier wird etwas gesagt, ausgesprochen oder etwas vorgeführt. Was dich sehr stark verunsichern wird. Hier auch 9 der Stäbe umgekehrt. Und der Ritter der Stäbe umgekehrt. Der Ritter der Stäbe ist eine sehr unsichere Energie. Das ist so etwas Hektisches. Schnelles. Mal schnell irgendwas sagen. Schnell irgendwas machen. Eine Aktion canceln. Plötzlich auftauchen. Irgendwas sagen. Irgendwas initiieren. Und dann wieder verschwinden. Aus einer Unsicherheit heraus. Also hier kommt irgendeine Aktion, die dich verunsichern wird. Und ich glaube, die Aufforderung ist nicht darauf hereinzufallen, damit jemand aufhört, hier diese Spielchen zu treiben. Damit jemand diese Reinheit der Sternenergie auch lebt. Dass jemand auch vielleicht versteht, dass zwischen euch diese Reinheit, diese reine Verbindung vorgesehen ist. Aber dieser Mensch macht das hier so ein bisschen zunichte. Durch diese Trickserei. Durch diese Manöver, die dieser Mensch hier startet. Zwei der Schwerter, sieben der Schwerter. Dazwischen sind fünf der Schwerter. Und wir haben hier fünf der Stäbe. Es droht Gefahr. Wenn du darauf reinfällst. Ich gucke mal, wie das hier weitergeht. Ja, lieber Krebs. Hier das Ast der Kelche. Das ist etwas Neues. Das ist etwas Frisches. Eine neue Liebe. Eine neue Inspiration. Etwas, was dein Herz zum Glühen bringt. Ja. Also hier können sich einige auch wirklich total verlieben. Und das auch dann öffentlich machen. Also hier ist noch sehr vieles verschlossen, weil ein Mangel da ist. Ja. Ein Mangelgefühl. Ein Mangeldenken. Und hier lässt man das zu. Oh, hier mit der Kraft. Ja. Ja. Du kommst hier in deiner Kraft, in deiner Stabilität. Ja. Ja. Sehr viel Hingabe, sehr viel Hingabe, sehr viel, ähm, wie soll ich das sagen, auch Leidenschaft. Das Ast der Kelche mit der Kraftkarte, das ist so eine Hingabe auf der seelischen und gleichzeitig auf der körperlichen Ebene. Ja. Und hier der König der Stäbe, der ist ja auch feurig. Ja. Mit der Kraftkarte wirst du hier zum Macher. Ja. Du nimmst das Ganze in die Hand. Du kommst in deine Stärke, in deinen Mut, in dein Selbstbewusstsein. Und dann darfst du hier mit der Gerechtigkeit etwas empfangen. Du darfst hier etwas empfangen, etwas entscheiden, etwas bekommen. Dann wird hier das Universum etwas für dich parat stellen. Das ist etwas Neues, etwas Schönes, Kraftvolles. Wie gesagt, fall nur nicht hier drauf rein, ja, und arbeite hier mit dem Magier. Der Magier hat alle Elemente auf dem Tisch. Er weiß, wann er welches Instrument einsetzen soll. Das ist Merkur-Energie, das ist Verstandeskraft. Lass dich nicht in die Irre führen. Ich rede nicht davon, dass du hier etwas manipulieren sollst, aber du sollst dich da so ein bisschen vor Manipulation schützen. Hier mit den vier Schwertern, mit der Mäßigkeit und der umgedrehte Herrscher. Jemand ist hier nicht so richtig in seiner Energie. Jemand versucht hier vielleicht auch den Dominanten zu spielen. Nutzt vielleicht auch diese Herrscher-Energie für irgendwelche Spielchen. Jemand muss daraus heilen, aufhören damit. Hier ist immer überall dazwischen auch numerologisch die drei, die Herrscherin. Es geht hier auch sehr stark um die Herrscherin. Das ist so diese weiche, warme, mütterliche Kraft. Und wir haben hier zweimal die Kraftkarte. Und auf der Kraftkarte ist ja die Herrscherin abgebildet. Es geht hier um Zähmung. Mit den Energien richtig umgehen. Saubere Energie. Zeigen. Leben. Und das ist hier so ein bisschen, die Energie ist so, wie soll ich das sagen, nicht richtig ausgelebt. Nicht auf den Punkt gebracht. Und je mehr du das verstehst und je mehr du dich hier nicht auf Spielchen einlässt, desto schneller wird dieser Mensch hier auch in die Heilung kommen. Es soll ja geheilt werden. Dass dieser Mensch sich beruhigt. Es ist eine sehr starke Energie. Nur dieser Mensch kann mit seiner, ihrer Energie noch nicht so richtig umgehen. Oder momentan nicht damit umgehen. Und wenn du das schaffst, guck mal, hier kommt schon der Ritter der Kelche mit lauter Herzchen. Ja, Liebesbotschaften. Und dann hier die hohe Priesterin. Tiefe, Mitgefühl, Empathie, Verständnis, Ruhe. Keine Spielchen. Das ist eine Tiefe. Und hier, Rat des Schicksals. Wow. Ja, schicksalhaft hier. Die Gerechtigkeit, Rat des Schicksals. Also irgendwas habt ihr hier gemeinsam zu lösen. Irgendwo ist hier sowas wie eine Challenge, wie eine Herausforderung. Für dich und auch für diese Menschen. Ihr passt, denke ich mal, ganz gut zusammen. Nur, wie gesagt, weil dieser Mensch hier taktiert. Mit seiner, ihrer Energie nicht so richtig auf dich zukommt. Vielleicht, vielleicht auch Spielchen spielt. Und du gerade im Mangel bist, musst du dich zurückhalten. Musst du dich zusammenreißen, ja. Du wirst hier aber in die Kraft kommen. Und dann wird dieser Mensch hier auch, ja, dann wird dieser Mensch hier, guck mal, von dir gestriegelt und gestreichelt werden. Und dann folgt dir dieser wilde Löwe. Wird dir aus der Hand fressen. Lieber Krebs. Ich hoffe, ich habe mich hier richtig ausgedrückt. Ja, ganz viele Informationen, ganz viele Energien und Karten. Ist momentan bei sehr vielen Sternzeichen. Ganz schön war es los. Ja, das wird sich dann auch beruhigen zum Jahresende, denke ich mal. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Alles Gute und vielleicht bis bald wieder. Tschüss.